Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen Zwischen-News. Wir sind gerade mitten im Livestream, aber es gibt eine kleine Ankündigung seitens Sony. Nachdem ja jetzt Microsoft alle Details rausgehauen hat, wird es morgen endlich mal was Neues zu PlayStation 5 geben. Und zwar auf dem offiziellen PlayStation Blog. Um 17 Uhr stellt Mark Zerny die Architektur der PlayStation 5 vor und was das für die Zukunft der Spiele bedeuten wird. Wir dürfen also gespannt bleiben, wie die neue Konsole eventuell sogar aussieht. Man weiß jetzt nicht ganz genau, was da alles in dem Video oder in dem Blog-Eintrag vorkommen wird. Aber wir werden es hier auf YouTube Livestream. Seid dabei, viel Spaß dabei und kommt jetzt in den Stream. Ciao!